Sollen Sie sagen, Atomkraft ja oder nein? Atomkraft ja. Das Thema ist natürlich abgeräumt. Es ist bedauerlich, denn wir beziehen ja aus Atomkraftwerken um uns herum Energie. Und das ist eigentlich eine Diskussion, oder eigentlich ist das peinlich, dass wir sie abstellen und von anderen leben. Insofern hätte ich mir gewünscht, und da bin ich nicht alleine, dass zumindest die drei Meiler weiterlaufen, vor allen Dingen um Strom zu produzieren. Und ich halte es für einen großen Fehler, dass wir die abschalten.